So, ihr seht es schon, wir sind jetzt am nächsten Lost Place. Wir haben uns hier für ein Schwimmbad ausgesucht, weil wir in der Nähe auch den Bunker hatten. Viele von euch werden uns kennen, ist auch jetzt nicht mehr der beste Zustand, kann ich gleich schon sagen. Es ist gut runtergekommen, viel Vandalismus, aber ich habe das Gefühl, dass traditioneller Lost Placer und Urban Adventurer mal hier gewesen sein muss. Mal gucken, lass uns überraschen, was wir hier noch finden und mal vielleicht sogar noch rutschen gehen können. So, ihr seht es schon, hier ist kaum noch was im ursprünglichen Zustand. Und wieder ein krasser Front, der Gute heißen. So, kommen wir jetzt zum eigentlichen Teil der Spaßzone. So, kommen wir jetzt zum nächsten Mal. So, hier nochmal die Ansicht von oben. Boah, das Schwein war mir drin. Die ganzen Decken sind auch alle mit Folien überzogen. So, ich denke, das war für die Besucher damals gesperrt. So, für uns ist es jetzt nur eine Dachterrisse. Oh, ist hier Rutsch. Wir müssen nachher beide wieder rutschen. Da bin ich ja gespannt. So, nochmal eine kleine Rundumsicht. Wir werden jetzt mal die Rutsche suchen und gucken, ob wir noch ein bisschen rutschen können. Was heißt rutschen? Wir werden versuchen, das irgendwie runterzuschliere. So, wir werden jetzt mal ein bisschen rutschen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Musik Alter Leute, es ist so alt, es drängt hier runter. Es ist ein Schweineband. Musik 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 So Leute, ihr seht schon, aus der Location ist leider nicht mehr so viel rauszuholen. Alles zerschlagen, viel kaputt. Aber trotzdem kann man sich noch gut vorstellen, wie es hier früher immer aussah. Und dafür ist es auch ein relativ kleines, schönes Schwimmbad. Unser Highlight hier, die Rutsche, war auch echt geil, war auch echt anstrengend. Wir sehen uns, liken, abonnieren und bis zum nächsten Video. Musik 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 Musik